Okay, schön, dass ihr da seid. Wir haben noch eine Aufgabe übrig vom letzten Mal, die wir noch nicht besprochen haben und zwar die folgende. Wir wollen zeigen, jede endliche Gruppe oder genauer jede endliche zyklische Gruppe der Ordnung n ist isomorph zu der Restklassengruppe Modulo n mit der Addition als Operation. Und um das Plus mache ich den Kringel drumherum, das ist die Addition in der Restklassengruppe. Gut, das wollen wir beweisen. Los geht's. Vielleicht klären wir erstmal kurz die Begriffe. Was ist denn eine endliche zyklische Gruppe der Ordnung n? Was ist eine zyklische Gruppe? Ja. Eine sich wiederholende? Ja, okay. Also die Gruppenelemente wiederholen sich in gewisser Weise. Genau, es gibt ein erzeugendes Element, also ein Element, das mit sich selbst verknüpft, alle Elemente der Gruppe ergibt. Also, ich habe ein Element a. Wenn ich das mit sich selbst verknüpfe, kommt was raus? a hoch 2. Wenn ich das mit a verknüpfe, kommt raus a hoch 3. Und die Gruppe schreiben wir mal multiplikativ. So. Und ist klar, irgendwie kommt hier alles mit a hoch 4, a hoch 5, a hoch 6 raus. Ich mache jetzt hier mal Punkt, 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 damit wir allgemein bleiben. Wie heißt das Element hier oben? Das da. Was muss ich mit a verknüpfen, um auf a hoch 1 zu kommen? Ja, sag's. Ach so. A hoch 0. Genau. Also hier oben steht, dieses Element ist a hoch 0. Okay. Es hat viele Namen. a hoch 0. Wie könnte man das Element hier oben noch nennen? 1. Und wie könnte man es noch nennen? Also, wenn ich jetzt hier rumlaufe, ist das Neutralelement. Ja, genau. Aber wenn ich jetzt hier rumlaufe, a hoch 2, a hoch 3, a hoch 4, a hoch 5. Was ist das? A hoch minus 1. Sehr gut. Ne, a hoch minus 1 ist das da. Das ist auch 0. A hoch minus 1 ist das davor. Wie heißt das noch, wenn ich jetzt einmal rumlaufe? Das wievielte Element ist das a hoch n? Genau. Bei einer Gruppe der Ordnung n, bei einer Gruppe der Ordnung n, ja, ist das Element hier auch a hoch n. Ich schreibe mal hier a hoch n hin. So. Also das ist 1 oder a hoch 0 oder a hoch n. Was bedeutet nochmal Ordnung? Ordnung einer Gruppe? Okay, das heißt, wie viele Elemente habe ich hier? N Elemente, genau. 1, a hoch 1, a hoch 2, a hoch 3 und so weiter, bis ich wieder hier oben ankomme. Dann wiederholt sich's. Und ich komme hier mit a hoch n an. Oder bin bei a hoch 0 gestartet. Okay, eine zyklische Gruppe. Wie sieht diese Gruppe hier aus? Zn mit der Addition. Wie heißen die Elemente, wenn ich die jetzt beschriften wollte hier? Aus welchen Elementen besteht Zn, die Restklassengruppe Modulo n? Welche Elemente hat diese Gruppe? 0 bis n minus 1. Alle Elemente von 0 bis n minus 1. Alle Reste, die entstehen können, wenn ich durch n dividiere. Okay. Das heißt, wie wollen wir das Element hier oben nennen? 0, okay. Was ist das für ein Element in der Gruppe? Ja, wenn ich jetzt in der Gruppentheorie bin, sage ich nur, wie nennt man dieses Element da oben? Das hat einen ganz speziellen Namen, genauso wie das Element hier drüben. Das neutrale Element, ne? Weil was passiert? Okay, das Element ist dann die 1, ne? Also die Restklasse 1, 2, 3 und so weiter. Hier. Punkt, 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 Punkt. Und dann komme ich hier oben wieder an. Das wievielte Element ist das, wenn ich hier rumlaufe? Also ist es auch die Restklasse von welchem Element? Und die gleiche Restklasse von? Nee, ich habe hier, Punkt, ich habe hier beliebig groß, ne? Also n ist immer noch die Ordnung dieser Gruppe. Ich komme hier, 0, 1, 2, 3. Wann komme ich hier oben wieder an? N, genau, also die Restklasse n, ne? Also Beispiel, ich habe die Restklasse Modulo 7. Dann habe ich ja alle Elemente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind Reste, die entstehen können beim Dividieren durch 7. Und wenn ich die 7 habe, dann ist die durch 7 natürlich äquivalent zu 0 Modulo 7. So. Genauso wie die 14, die 21, die 28 und so weiter. Gut. Was passiert hier von Element zu Element? Was wird hier immer addiert? 1, genau. Da wird immer die Restklasse 1 addiert. Eine Restklassenaddition hier. So. Da gibt es unterschiedliche Schreibweisen. Manche schreiben die in eckigen Klammern, manche machen Strich drüber oder so. Egal. Wir merken es halt, okay, das ist die Restklasse. Okay. Jetzt sollen wir zeigen, dass diese Gruppe hier Isomorph ist zu dieser Gruppe. Wie macht man das? Was muss bijektiv sein und ein Homomorphismus? Du hast gesagt, das. Wir müssen prüfen, ob das ein, ob das bijektiv ist und ein Homomorphismus. Nein, nicht die beiden jeweils. Was brauchen wir? Nein, nicht die beiden. Ja? Nein. Ich würde jetzt einfach den linken Graben auf den Benken drauflegen. Ja. Ja. Du würdest ihn da drauf schieben, dann sieht man es schon. Okay, das könnte man sozusagen anhand der Strukturgleichheit sehen. Ich würde gerne nochmal an deine Frage zurück, also an deine Aussage. Wir müssen schauen, also zwei Gruppen sind isomorph, wenn, was der Fall ist. Subjektiv, injektiv, das ist bijektiv zusammen und homomorph. Was muss diese Eigenschaften haben? Nicht die zweite Gruppe. Weder diese Gruppe braucht die Eigenschaften. Eine Gruppe kann nicht bijektiv oder injektiv oder subjektiv sein. Also diese Gruppe kann nicht injektiv sein und diese kann auch nicht injektiv sein. Was muss injektiv sein, subjektiv, ein Homomorphismus? Hier steht auf dem Schlauch, extrem gerade. Ich brauche eine Abbildung von der einen in die andere. Abbildungen können injektiv, subjektiv sein und ein Homomorphismus. Ich brauche eine Funktion, i, die abbildet. Okay, und die basteln wir uns jetzt. Prinz Trash hat es gesagt. Prinz Trash, ja geil, sehr schön. Die Abbildung, der einen guckt auf die andere, sehr gut. Gut, dass wir hier online Personen dabei haben, die helfen können. Bitte? Hier wird gerade gefragt, ob ihr auch bei der Klausur online mit dabei sein wollt. Nein. Okay, gut. Also, passt auf. Wir müssen uns eine Abbildung basteln. Vieh. Die nennt man immer Vieh aus irgendeinem Grund. Hat es jemand mal ausgedacht, der nennt man Vieh. Wie Funktion. So, welche Elemente bilden wir dann auf welche ab? Also, jetzt gibt es natürlich alle Möglichkeiten. Beispiel. Schaut mal genau her. Vorschlag. Wir bilden dieses Element A2 ab auf 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Ist das okay? Also, das Element hier wird darauf abgebildet und darauf und darauf und darauf. Du schüttelst mir den Kopf, warum geht das nicht? Da weiß er nicht, ob die jetzt. Nee. Wir brauchen eine eineindeutige Zuordnung, genau. Was ist das Problem, warum kann ich kein Element mehreren zuordnen? Nee, was wäre es dann nicht? Nee. Besser aufpassen, Mensch. Ja, also, warum kann ich nicht ein Element hier drüben mehreren Elementen in der Restklassengruppe zuordnen? Was wäre das dann nicht? Nee. Nee. Ja. Dann wäre es keine Funktion. Ich kann doch bei f von x, ne? Gibt doch immer nur einen Wert. Ich kann doch nicht zwei Werte rauskriegen. Oder drei oder so. Ich kann nicht ein Element mehreren zuordnen. Das funktioniert nicht bei einer Funktion. Nein. Das hat mit Bjektiv gar nichts zu tun. Nee. Das war alles auf dieser Seite. Hier dürfen nicht mehrere Pfeile, es müssen genau ein Pfeil bei jedem Element ankommen. Hier geht es darum, wie viele Pfeile können loslaufen. Und es kann von jedem Element nur ein Pfeil loslaufen, weil sonst hätte ich keine Funktion. Das linksmäßige. Linkseindeutig. Ja. Ja, genau. Von der Definitionsmenge muss von jedem Element genau ein Pfeil weg. Dann habe ich eine Funktion. Jetzt die Frage, wie viele kommen jeweils da drüben an? Und da spreche ich über injektiv oder sojektiv. Und dann ist es weg. Also da liegt es auch nicht von mehr und auch nicht von feilen. Genau. Von jedem Element hier drüben geht genau ein Pfeil weg. Wenn man ein Element oder mehr getroffen ist, dann sojektiv nicht. Genau. Angenommen, hier drüben wird ein Element überhaupt nicht getroffen. Welche Bedingung wäre dann belätzt? Sojektivität. Genau. Jedes Element muss mindestens einmal getroffen werden von der Funktion. Was wäre verletzt, wenn ein Element, also wenn ich zum Beispiel A1 und A2 hier abbilden würde, beide auf dieses Element. Was wäre dann verletzt? Die Injektivität. Genau. Weil da darf jedes Element nur höchstens einmal getroffen werden. Also wir müssen eine 1 zu 1 Abbildung finden zwischen diesen beiden Gruppen. Und da gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten. Jetzt wollen wir eine finden, eine 1 zu 1 Abbildung, die zusätzlich noch ein Homomorphismus ist. Wie würdet ihr denn abbilden? Du hast gesagt, wir schieben einfach rüber. Das ist das Sinnvollste. Was wäre das dann für eine Abbildung? Und worauf würde A hoch 0 abgebildet werden? Auf die 0. Worauf würde A hoch 1 abgebildet werden? Auf die 1. Und du hast es schon richtig erkannt. A hoch 2 wird abgebildet auf die 2. Genau. A hoch 3 wird abgebildet, Überraschung, auf die 3 und so weiter. Und jetzt ist natürlich klar, hier habe ich N Elemente, da habe ich N Elemente. Und wenn ich die Abbildung so mache, habe ich eine bijektive Abbildung. Die ist injektiv und sujektiv. Sie ist sujektiv, weil jedes Element erwischt wird. Und sie ist injektiv, weil ein Element nicht zweimal getroffen wird von einem Pfeil oder dreimal oder so. Und das wäre eine bijektive Abbildung. Okay, also Phi ist bijektiv, haben wir bewiesen. Check. Phi ist bijektiv, ne? Jetzt müssen wir noch zeigen, dass Phi ein Homomorphismus ist. Was müssen wir da zeigen? Wie lautet denn jetzt die Zuordnungsvorschrift von Phi? I von was ist gleich was? Genau, Homomorphismus bedeutet, ich will es nochmal, entweder ich verknüpfe erst in der einen Gruppe und bilde das Ergebnis ab. Oder ich bilde erst die beiden Elemente ab und verknüpfe dann in eine andere Gruppe und muss beides mal das gleiche rauskommen. Jetzt müssen wir aber, um zu beweisen, dass es ein Homomorphismus ist, erstmal wissen, was bedeutet denn Phi von dem einen Element auf das andere? Phi von A hoch N ist die Restklassengruppe N modulo N. Genau. Jetzt haben wir das N doppelt verwendet, das ist vielleicht ein bisschen ungünstig, ne? Machen wir hier Phi von X. Das ist die Restklassengruppe von X, weil N ist ja schon die Ordnung. Gut, also A hoch X wird abgebildet auf X in der Restklasse, ne? Okay, und jetzt müssen wir zeigen, I von was? Homomorphismus ist gleich was? Wer kann es mal versuchen zu formulieren? Ich mache mal ein A hoch X mal Y vielleicht, ja, okay. Pi von A hoch X. Pi von A hoch Y. Das wollen wir zeigen, ne? Das wäre der Homomorphismus. Homomorphismus. Okay. So, das müssen wir jetzt beweisen. Fangen wir mal links an. Pi von A hoch X mal A hoch Y ist gleich was? Also, wir müssen jetzt links anfangen und umformen, algebraisch muss wir rechts rauskommen. Wenn das der Fall ist, ist es ein Homomorphismus, wenn es klappt. Okay. Genau, wir verknüpfen jetzt erst mal in der einen Gruppe, ne? A hoch X mal A hoch Y ist doch Potenzrechengesetz. Pi von A hoch X plus Y. Ich schreibe hier mal Potenzgesetze drüber, ja? Nein, das ist das Plus innerhalb der Exponenten der Potenz. Das ist ein ganz normales Plus, ne? Also ein Plus in Z. Die Exponenten stammen ja aus Z. Also, ich verknüpfe jetzt erst in der linken Gruppe A hoch X mal A hoch Y, also X, A ist miteinander verkettet und Y und A ist miteinander verknüpft. Und es ist gleich wie X plus Y und A ist miteinander verknüpft. Was kann ich jetzt machen? Ja. Was kommt bei A hoch X plus Y raus? Pi von A hoch X plus Y ist gleich? Genau, die Restklassengruppe von X plus Y. Und zwar über die Definition unserer Funktion Phi. Ja, genau, wenn X7 und Y, wenn wir Modulo 7 rechnen, und X plus Y käme 13 raus, dann ist das ja die Restklasse der 13. Das ist eine Äquivalenzklasse, wo alle Zahlen drinstehen, die äquivalent sind bei der Division Modulo 7. Also, da kommt jetzt nicht 13 raus, sondern kommt 13 Modulo 7 raus. Also 6 in dem Fall. Ja? Also du willst jetzt rechts anfangen, ne? Okay, ich mache das jetzt mal, da habe ich jetzt nicht genug Platz, deswegen gehe ich jetzt hier so lang. Phi von A hoch X plus Phi von A hoch Y. Ja, X, also Restklasse X plus Restklasse Y. Genau, das hier ist gleich das da. Wenn ihr hier bei einer Restklasse seid und eine zweite Restklasse addiert, dann kommt ihr letzten Endes bei der Restklasse raus, genauso als würdet ihr erstmal die beiden Zahlen addieren und dann die Restklasse bilden. Also hier am Beispiel, wenn ihr die Restklasse 3 plus die Restklasse 5 nehmt. Angenommen, wir sind bei der 7, bei Modulo 7, ne? 3, Restklasse 3 plus Restklasse 5, würde ich hier rauskommen bei der 1. Ich kann aber auch 3 plus 5 rechnen und dann kommt 8 raus. Modulo 7 komme ich auch bei der Restklasse 1 raus. Also diese beiden Ausdrücke hier sind gleich. Ja, und jetzt haben wir gezeigt, Phi von A hoch X mal A hoch Y ist gleich Phi hoch A von A hoch X plus Y ist gleich Restklasse X plus Y ist gleich Restklasse X plus Restklasse Y ist gleich Phi von A hoch X plus Phi von A hoch Y. Also es ist egal, ob ich erst in eine Gruppe verknüpfe und dann abbilde oder ob ich erst abbilde und in eine andere Gruppe verknüpfe. Das ist ein Homomorphismus. Ja, dann, das ist wieder die Definition von unserem Phi, genau. Und hier ist es Rechnen in Zn. Kann man machen, ja genau. Ja, kannst du auch machen. Okay. Also wir haben jetzt gezeigt, dass jede zyklische Gruppe der Ordnung N isomorph ist zu Zn. Und da Zn so eine Struktur hier hat, ist jede zyklische Gruppe der Ordnung N sieht genauso aus. Mhm. Mhm. Wie soll ich noch mal behalten? Aber zum Beispiel haben wir bei vier Elementen Gruppen, haben wir entweder zwei, oder vierer Gruppen, oder die vierer Gruppen, oder die vierer Gruppen. Genau, also Vorsicht, genau. Ich wiederhole mal. Also bei einer endlichen Gruppe, die vier Elemente hat. Da haben wir gezeigt, es gibt genau zwei Möglichkeiten, die nicht isomorph sind. Nämlich bei vier Elementen die kleinische vierer Gruppe. Das ist die Gruppe, das ist die Eder Gruppe des Rechtecks. Da habe ich die zwei Achsenspiegelungen und die beiden Drehungen. Alles selbst inverse Elemente, kleinische vierer Gruppe. Was ist die andere vierer Gruppe mit vier Elementen? Die Drehungen des Quadrats, die Drehsymmetrien des Quadrats. Und das ist eine endliche Gruppe, die isomorph ist, zu Z4. Also die Drehsymmetrie, klar. Drehsymmetrien des Quadrats. Ja. Das ist die Gruppe der Drehsymmetrien des Quadrats. Mit der Verknüpfung als Verkettung. Mit der Verkettung als Verknüpfung. Nee, nicht, dass ich wüsste, dass es einen Spezialnamen hat. Zyklische Gruppe der Ordnung vier. Letzten Endes. Weil, die sind ja alle isomorph. Ja? Genau. Und die beiden sind nicht isomorph, die kleinische vierer Gruppe und die Gruppe, die zyklische Gruppe der Ordnung vier, weil bei der kleinischen vierer Gruppe alle Elemente selbst inverse sind. Und bei der lyklischen Gruppe der Ordnung vier nicht. Die kleinische vierer Gruppe hat kein erzeugendes Element. Wenn sie eins hätte, wäre sie eine zyklische Gruppe der Ordnung vier und damit die Summe auf. Genau. Kann also kein erzeugendes Element haben. Hat es auch nicht, ne? Du kannst ja sozusagen beim Rechteck die Achsenspiegelung nicht durch Drehungen erzeugen. Und die Drehungen nicht durch, doch durch Achsenspiegelung kann man schon Drehungen erzeugen, aber in diesem konkreten Fall nicht. Das heißt, du kriegst dann sozusagen, du kannst nicht dadurch, dass du ein Element mehrfach mit sich selbst verknüpfst. Jedes Element der kleinischen vierer Gruppe ist mit sich selbst verknüpft, ist ja alle selbst inverse, kommt das neutrale Element raus. Das heißt, die eine Achsenspiegelung mit selbst verknüpft kommt das neutrale Element raus, die andere mit selbst verknüpft, die Drehungen mit 80 Grad auch. Du kannst also die anderen gar nicht erzeugen. Weil jedes Element Quadrat hoch vier, hoch sechs immer das neutrale Element ergibt. Okay. Ähm... Ja, die unhoch... genau. In der kleinischen vierer Gruppe, wenn ich ein Element hoch ungerade Exponent nehme, dann kommt immer das Element selbst raus. Genau. Wenn ich eine Achsenspiegelung dreimal, also wenn ich eine Achsenspiegelung, dreimal dieselbe Achsenspiegelung miteinander verkette, kommt wieder die Achsenspiegelung raus. Bei der Drehung um 180 Grad genauso. Okay. So, gibt es dazu noch Fragen? Nee. Okay. Dann schließen wir jetzt... Ja. Die Edergruppe, da fragt man die Diederecke, nur Drehung, Drehung, Drehung oder Dreckung. Die Edergruppe. Die Frage ist, was ist eine Diederegruppe? Geht es da nur um die Drehsymmetrien oder um alle Dekkerbildungen? Bei den Diederegruppen geht es um alle Dekkerbildungen. Also beim Rechteck zum Beispiel um die beiden Achsenspiegelungen und die beiden Drehungen. Das sind vier Elemente, sind zusammen die Diederegruppe des Rechtecks. Wenn ich zum Beispiel ein Sechseck habe, dann kann ich die Gruppe der Drehsymmetrien beim Sechseck machen. Da habe ich sechs Elemente, das ist eine zyklische Gruppe der Ordnung 6. Oder ich habe die Diederegruppe. Beim Sechseck habe ich dann sechs Drehungen und sechs Achsenspiegelungen. Beim regelmäßigen Sechseck natürlich. Genau. Die Diederegruppe des Hexagons ist nicht Isomorph zu der zyklischen Gruppe Z12, weil jede Achsenspiegelung selbstinvers ist. Nicht jede Drehung, aber jede Achsenspiegelung ist selbstinvers. Deswegen gibt es kein Element, das alle erzeugen können. Es geht ums Zyklisch. Also, eine zyklische Gruppe ist eine zyklische Gruppe, wenn es ein erzeugendes Element gibt, die alle Elemente erzeugen. So. Wenn ich in dieser Gruppe mehrere Elemente habe, die selbstinvers sind, kann es kein erzeugendes Element geben. Weil, wenn es beim Erzeugen irgendwann an eines dieser Elemente kommt, sind, ah ne, wir werden selbstinvers, wenn wir überlegen. Ah ne, muss man mal nachdenken. Ne, also, die Überlegung ist, die folgende Überlegung ist die richtige. Angenommen, ich habe das Sechseck. Wenn ich jetzt eine, angenommen, eine Drehung wäre ein Erzeugendes Elemente, dann bekomme ich mit dieser einen Drehung nur alle Drehungen hin, nacheinander, aber keine Achsenspiegelung. Angenommen, eine der Achsenspiegelungen wäre ein Erzeugendes Elemente, kriege ich keine der Drehungen hin, weil die mit sich selbst verknüpft immer entweder das neutrale Element oder die Achsenspiegelung gibt. Das heißt, die Edergruppen können in dieser Form gar nicht zyklisch sein. Ich frage mich, aber die Eder sind ja angewendet, ja? Ne, beim Rechteck, in der D-Jedergruppe, das Rechteck sind alle selbstinvers, ja. Ja, die halbe Drehung ist selbstinvers, genau. Also, die eine, eine, ja. Ne, genau, mein Argument war das folgende. Also, du hast, du musst ein Erzeugendes Element finden. Wenn du ein N-Eck hast, Sechseck, Siebeneck, Acht oder so, dann kann eine Drehung nicht ein Erzeugendes Element sein, weil damit nur die Drehungen erzeugt werden. Und eine Achsenspiegelung kann kein Erzeugendes Element sein, weil die selbstinvers sind. So, und, ne, sofort mit sich selbst verknüpftes Neutrale Element ergeben. Insofern kann es da kein Erzeugendes Element geben. Aber alle Drehsymmetriegruppen sind natürlich zyklische Gruppen. Drehsymmetriegruppen von regelmäßigen Endecken. Okay. Drehsymmetriegruppen. Vielen Dank.